Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herz über Kopf. Heute ist wieder Oost dabei. Hallöchen Leute, hi. Hello, genau. Und für die Leute, die uns nicht kennen, wir sind Herz über Kopf und wir reden über Reddit-Stories, sei es von Emma the Asshole, Off my Chest, Relationships. Ich glaube, wir haben alles dabei, lassen nichts aus, haben einfach eine gute Zeit, aber reden auch über ernstere Themen, oder? Ja, voll. Da kommt auch immer was Gutes zusammen an guten Themenbereichen. Yes. Und das Thema heute, was ich vorbereitet habe für dich, Oost, ist Geld als Beziehungskiller. Interessantes Thema auf jeden Fall. Schon ein gutes Thema, ne? Schon wichtig, schon wichtig. Ich fand, Geld ist so ein Thema, da wird nicht immer in Beziehungen drüber geredet, da wird auch grundsätzlich nicht so viel in unserer Gesellschaft drüber geredet und ich finde, das kann oft eine Belastung in der Beziehung sein, ob man jetzt drüber redet oder nicht. Auch dann, aber ja, wir werden ja heute ein paar Storys auspacken, wo wir das vielleicht auch so ein bisschen nachempfinden können, oder? Was sagst du dazu? Ich finde aber schon, dass das ein Thema ist, über das man schon redet. Also, glaube ich, nicht über Geldprobleme per se, aber halt über so Sachen wie, mein zukünftiger Partner muss dieses und jenes Jahreseinkommen und dieses und jenes Auto oder sonst etwas besitzen oder haben. Weißt du, was ich meine? Ja, und da ist aber auch schon wieder Geld als Beziehungskiller mit dabei. Also, nach dem Motto so, hey, zeig mir deinen Kontoauszug, zeig mir, wie viel du wert bist, mäßig. Ja, du, das kann ja auch eine Art sein, wie Geld ein Beziehungskiller ist. Ich glaube, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie es eine Beziehung ruinieren kann und da können wir ja heute gucken, was da so an Storys dabei ist, oder? So, bevor es jetzt aber weitergeht mit den Storys, habe ich mal wieder eine Frage der Woche für Os vorbereitet. Und zwar, die heutige Frage ist, wie würdest du reagieren, wenn eine zukünftige Partnerin dich bitten würde, dich vor dem Sex testen zu lassen? Also, wir daten schon und sie sagt mir, hey, ich mag dich, ich will mit dir schlafen, aber teste dich bitte. Davor möchte ich einen Test. Ja. Hängt echt ein bisschen viel mit der Art und Weise zusammen, wie sie es mir sagen würde. Mhm. Elaboriere das mal ein bisschen. Bevor da kommt jemand und sagt, hey, ich kenne deine Vergangenheit, teste dich mal, bevor wir schlafen. Mies, 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 ne? Ja. Oder, hey, ich will dich gern, ich will mit dir schlafen. Ich habe aber das, für mich das ausgemacht, dass ich, bevor ich mit jemandem ins Bett gehe, dass ich möchte, dass wir beide getestet. Oder dass wir beide safe und sex haben. Und dafür muss man sich halt auch testen. Ja. Also, kommt es für dich darauf an, wie es gefragt wird. Aber an sich bist du so. Ich würde die Frage tatsächlich eh nicht beantworten. Und zwar hatten wir da vor ein paar Wochen schon drüber geredet, weil ich dir die Frage damals schon erzählt hatte. Oder weil ich dich damals schon gefragt hatte. Und ich fand deine Antwort damals eigentlich echt passend. Und zwar, klar kann ich mich testen lassen. Komm doch mit und wir lassen uns gemeinsam testen. Und das, fand ich, ist ein guter Punkt gewesen, dass man sagt, hey, lass uns das doch einfach zusammen machen. Und da auch, ja, zusammen hingehen und zusammen testen lassen und das beidseitig machen. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne Antwort. Ich bleibe auch dabei. Das hat auch viel mit der Selbstverständlichkeit zu tun, also mit der Sache zu tun, die man die Frage stellt. Wenn die Person sehr so ein Bewusstsein dafür hat, was das alles passiert und was man haben kann, dann geht die sich safe ein bisschen dort testen. Natürlich würde man dann halt sagen, so klar, du auch, ne? Ja. Wenn es halt eher gestellt ist, so, ja, geh du mal, weil ich weiß ja, was du früher alles schon getrieben hast. Da will man dann gar nicht weiter mit der Person. Ja, dann ist es halt, dann ist es so oder so, dann geht man nicht davon, das ist eh eine Scheißfrage, dann kann ich es mir auch gleich sparen. Ja, okay. Bist du bereit für die erste Story, die ich heute mitgebracht habe? Emma the Arsehole, weil ich meinen Mann weiterhin nach unseren Finanzen frage. Ich, 30, habe meinen Mann, 32, geheiratet, als ich 19 war. Mit 20 kam unser erstes Kind zur Welt und ein paar Jahre später bekamen wir ein weiteres Baby. Ich bin Hausfrau und kümmere mich Vollzeit um beide. Wir haben die Bank gewechselt, als mein Jüngster vor sieben Jahren auf die Welt kam und fast sofort danach änderte mein Mann alle Passwörter. Seitdem habe ich keinen Zugang mehr zu unseren Kontroinformationen. Ich spreche ihn schon seit Jahren darauf an und jedes Mal wird er wütend und findet Gründe, auf mich sauer zu sein. Er schlägt auf Dinge ein, schreit, beschimpft mich und sagt dann, das sei alles meine Schuld, weil ich einfach nicht aufhören könnte, ihn auszufragen. Heute Morgen fragte ich ihn wieder nach unserem finanziellen Stand und er antwortete nur, wie unglaublich gestresst er jetzt schon sei und dass ich es noch schlimmer mache, indem ich Fragen stelle. Ich sagte ihm, dass ich auch gestresst bin, weil das Finanzielle uns ja beide betrifft. Er antwortete darauf nur, ich habe mit meinem Stress schon genug zu kämpfen, ich kann mich nicht auch noch um deinen kümmern. Daraufhin meinte ich, dass ich aufhören würde, ihn zu fragen, wenn er mir einfach die Kontroinformationen geben würde. Er meinte daraufhin nur, dass ich mich verpissen solle. Edith, in den letzten Jahren sagte er immer wieder, dass unsere Finanzen sehr knapp sind und es gab ein paar Momente, wo meine Karte nicht mehr ging. Also grundsätzlich ist er nicht das Arschloch. Auf keinen Fall. Also. No, no, no way. Wenn du so früh heiratest und ein Kind bekommst und vielleicht irgendwie deine eigene Ausbildung vernachlässigst, weil du gesagt hast, wir sind ein Team, du gehst arbeiten, schöpfst das volle Potenzial darin aus. Und ich bin Hausfrau und Mutter, ist voller Transparenzpflicht. Ja, finde ich auch. Alles andere geht gar nicht. Aber ich finde es echt witzig, die Story klingt so, als hätte es Reddit schon 1980 oder 70 gegeben. Es ist ein krasses hierarchisches Verhältnis auch damit da. Also klar sieht man auf jeden Fall die Macht, die er als Mann gegenüber sie hat. Und ich bin auch der Meinung, so hey, wir leben im Jahre 2022, wenn du sagst, du möchtest Hausfrau sein, du möchtest die Kindererziehung übernehmen, wirklich go girl, so. Aber Transparenz ist wichtig und dass man halt immer noch eigenständig ist. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Punkt, das habe ich halt ganz oft auch im Familienumkreis gesehen, dass ich das dann auch irgendwann recht, vielleicht so ein bisschen erlernte Hilflosigkeit, sage ich jetzt mal so ein bisschen, dass man sich da so komplett in so ein Abhängigkeitsverhältnis begibt und auch gar nicht mehr die Finanzen checkt, was so Vorsorge angeht, auch Rente. Ich finde, das sind Themen, die sind super wichtig. Und sie will das ja wissen. Sie fragt ja schon seit sieben Jahren, meint sie, fragt sie ihn immer wieder. Ja, und er reagiert so krass. Und ich glaube aber, was einfach wichtig ist, auch zu sagen, ist, dass wir das aber auf jeden Fall auch supporten, wenn Frauen sich entscheiden, zu sagen, hey, wir wollen Hausfrau sein, so wirklich go for it. So es ist genau so richtig, wie jemand, der sagt, er will Karriere machen. Nee, das ist auch, also das ist, jede Lebensentscheidung sollte auch supporten werden. Hausfrau und Mutter ist genauso wichtig wie CEO. Ja, ja, voll. In dem Sinne, das ist ja irgendwie, alles ist ja wichtig, eine Gesellschaft zu tragen. Ich würde dir aber in einer Sache tatsächlich widersprechen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es in ihrem Fall eine erlernte Hilflosigkeit ist. Die hat nie gelernt, selbstständig zu sein. Mit 19, frisch aus der Schule raus, so. Ja. Weißt du, das ist so vom behüteten Zuhause ins, ja, ins nächste behütete Zuhause einfach. Ohne irgendwie mal als Individuum selbst was zu leben. Aber voll recht, also mit der Sache, dass sie einfach diese Transparenz haben muss. Also ich meine, als Elternteil, egal ob Mutter oder Vater, also beide am besten, sollten ja natürlich immer schauen, dass sie irgendwie gucken, wie kriege ich es hin, irgendwie auch mit den Finanzen, die wir haben, vielleicht auch irgendwie für die Kinder irgendwie in Zukunft ein bisschen was aufzubauen. Weißt du, das ist jetzt blöd, das ist nur so zumindest einen kleinen, kleinen Betrag anlegen, dass wenn die studieren gehen, sich Mobiliar kaufen können, wenn sie ihre erste Studienwohnung oder sowas beziehen oder wenn sie ihre Ausbildung machen, dass sie halt auch ausziehen, dafür halt, warum auch immer, so für die ersten Schritte raus. Und das kann man aber nicht machen, weil man halt keinen Bezug zu Finanzen hat, weil man auch nicht sagen kann, okay, dann das lasse ich, das gönne ich mir heute, das gönne ich mir diesen Monat nicht, dafür kann ich das dann halt für die Kids zur Seite legen. Kann sie halt alles nicht. Und das ist halt auch, ist halt auch kacke, wenn sie dann irgendwie einkaufen geht und ihre Karte aus ist. Das geht halt gar nicht. Das ist auch mega peinlich, das ist auch, man fühlt sich also, ich würde mich mega ohnmächtig fühlen. Ja, ich muss aber auch sagen, sie erzählt, sie fragt seit Jahren nach diesen Informationen und er schlägt auf Dinge ein, schreit, beschimpft sie, gibt ihr dafür für alles die Schuld und sagt, sie ist daran schuld, dass er auf Dinge einsteht, weil sie irgendwie ihm Fragen gestellt ist, finde ich sehr abusive und das finde ich echt krass. Also da muss dringend ein Gespräch gesucht werden und das muss sich dringend ändern, weil es einmal total schlimm ist und für mich ehrlich gesagt und ich verstehe, wenn er irgendwie Stress hat, vielleicht will er das irgendwie alleine stemmen und so weiter und so fort, aber das ist keine Art und Weise meiner Meinung nach mit einem Partner umzugehen und es ist keine Art und Weise mit seinem Partner zu kommunizieren und hier muss eine andere, eine neue Ebene geschaffen werden, auf der beide auf Augenhöhe sind, weil es einfach so, finde ich, nicht geht und das so einfach sie alle gemeinsam so ein bisschen von dem, was sie auch erzählt mit, dass die Karte nicht geht und so, ja, mit verbundenen Augen so ein bisschen ins Verderben gehen mit den Kindern und ich auch finde, dass es kein gutes Beispiel ist für die Kinder, wenn sie sehen, dass der Vater die Mutter so runter macht und für mich ist er der Mann hier das Arschloch. Also das ist echt krass. Wollen wir mal gucken, was die Kommentare sagen? Ja. Ich fürchte, er will nicht, dass du siehst, wie schlimm die Situation ist. Vielleicht spielt er Glücksspiele oder investiert in fragwürdige Anlagen. Du musst wirklich ein Machtwort sprechen, bevor es zu spät ist. Hör auf, so nett zu sein. Ja, wir wissen ja nicht, in was er sein Geld oder ihr Geld, entschuldige, das Geld von beiden investiert, ob er das irgendwie schlecht investiert hat, ob er das irgendwie, das wäre jetzt so ein richtiges Klischee mit Glücksspielen oder Versoffen oder sonst irgendwas. Das kann ja auch einfach was ganz anderes sein, dass sie sich mit Krediten übernommen haben oder sowas. Aber das muss halt in der Partnerschaft kommuniziert werden. Und also sie soll da nicht aufhören zu fragen, finde ich. Also sie muss sich da durchsetzen. Ja, voll. Vor allem, wenn es irgendwie etwas, was mit Sucht zu tun hat, ist es schon eine richtig schwierige Sache, überhaupt mit umzugehen. Und es muss ja auch nicht immer das Klischee erfüllt sein. Es kann ja auch einfach nur sein, dass er ihr das Blaue vom Himmel versprochen hat, ihr Luftschlösser in den Kopf gebaut hat und das jetzt nicht erfüllen kann. Ja. Und sich schlecht fühlt. Alles möglich. Also der Grund ist ja eigentlich gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass man ja daran arbeitet, dass es gelöst wird. Ich frage mich aber auch, das ist ja ein gemeinsames Konto. Ich kann doch immer gucken, was ist. Also du und ich haben ja auch ein gemeinsames Konto für Einkaufen und ich kann auf meinem Handy oder auf der Bank oder sonst irgendwo einfach nachgucken, wie der Stand ist. Ja gut, vielleicht ist es auch was, was sie nicht weiß. Wir haben ja gerade schon geredet, dass sie da mit 19 geheiratet hat. Wir wissen jetzt auch nicht, wie selbstständig sie ist und vielleicht ist das auch was, was sie gar nicht auf dem Schirm hat. Also ich glaube, sowas ähnliches wurde auch in den Reddit-Kommentaren angeraten. So geh selbst einfach zur Bank und mach das. Ich habe leider kein Update zu der Story. Also ich hoffe nur, dass sie sich durchsetzen konnte und dass da nichts allzu Schlimmes rausgekommen ist. Ich glaube, das hoffen wir beide. Und dass sie da so ein bisschen wieder einen Balance schaffen konnte in der Beziehung, dass das auch mehr auf Augenhöhe ist, als das so ist wie jetzt gerade. Das ist natürlich, das wäre ein guter Status Quote, den sie wahrscheinlich haben wollen würde. Ja. 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 Ja.